Und mit ein bisschen Glück ist jetzt Podcast, meine Kerle. Hallo Hauke, eigentlich sind wir nur mein Kerl. Ja, das stimmt. Erschreckenderweise sind wir dieses Mal zu zweit. Hallo Micha und... Ach, heute bin ich verpixelt. Was? Jedenfalls bei Twitch. Das ist ja faszinierend. Die machen schon wieder Sachen. Das ist ja unglaublich. Na, Hauptsache der Ton passt diesmal. Gut, okay, also das Ganze ist ja sowieso eher ein Podcast zum Nachhören. Nicht unbedingt ums Bild, darum geht es ja heute nicht und sonst auch. Ja, genau, ihr seid alle natürlich gegrüßt, egal wo ihr jetzt gerade sitzt. Norden, Süden, Osten, Westen. Genau, und dann machen wir zu zweit was. Und wir haben uns ja irgendwie lustige Themen ausgedacht. Also ich habe einen Spickzettel vorbereitet und ein paar Sachen draufgeschrieben. Wie ist es bei dir? Nö, also ich habe keinen Spickzettel. Ich tue einfach nur die letzten Wochen resümieren und vielleicht mit dir darüber philosophieren. Du kannst dich an die letzten Wochen erinnern, das finde ich gut. Ja, meistens. Ah, okay. Also ich brauche dafür immer so eine kleine Gedächtnisstelle. Ah, der Niklas, ja. Vaszination Pixel. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Retro-Spiele-Kanal. Es liegt vermutlich an meinem Twitch. Das kann nicht HD. Oder hast du da eventuell einen Filter drauf? Nee, da müsste ich ja auch verpixelt sein. Ja, aber vielleicht bloß für das Video-Element von mir, was du da einbindest. Nee, da habe ich nur den Greenscreen. Okay. Ja, dann bleibt es weiterhin dubios. Also hier bei mir in meiner Vorschau bist du knackenscharf. Also das Hintergrundbild ist ja auch scharf, ne? Also alles scharf bis auf... Okay, gut. Das kriegen wir heute nicht mehr gelöst. Dann, weiß ich nicht, hast du ein tolles Thema für einen Einstieg? Ich wollte dich eigentlich mal fragen, du hattest die fünf Anfänger-Tipps oder vermeide diese fünf Anfänger-Fehler? Fünf Dinge, die du als Anfänger nicht machen solltest. Genau. Genau. Das hatte ich, stimmt, diese Woche, Dienstag ist es rausgekommen, Video. Die Idee war, also die kommt nicht von mir, die kommt von John für die Tux-Tage eigentlich. Da hatte er gemeint, da könnte ich irgendwie mal was zu machen, fand ich irgendwie da nicht so spektakulär. Und dann habe ich das jetzt nochmal nachgeholt, weil ich dachte, na gut, warum nicht, machst du das doch nochmal? Genau, so ist es denn rausgekommen. Ja. Und gab es da schon eine Resonanz? Anfänger sind ja immer gerne abgeholt, sagen wir mal so, und aufgefangen. Also bei mir ist es ja, also die Leute, die ich bei mir im Kanal habe, die sind ja eigentlich eher diejenigen, die das schon ein bisschen länger machen. Also ich habe ja nicht den typischen Anfänger-Kanal, da ist ja Linux-Guides eher so die Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Von daher sind das eigentlich eher die, die ihre Erfahrungen hinterher in den Kommentaren kundtun. Hätte ich das mal vor zehn Jahren gehabt, das hätte mir ja damals geholfen, so nach der Art und Weise. Oder einer von diesen Punkten, den ich da drin habe, ist, guck dir erst vorher an, was es gibt und nimm als Anfänger eine Distribution, die viele andere verwenden. Also wenn du gar keine Ahnung hast, nimm Linux Mint. Da kannst du nicht so viel falsch mitmachen. Und vermeide vor allem dieses Distro-Hopping. Und einer von den Kommentaren, da ist die ganze Liste drin, was denn einer mal durchprobiert hat. Und die Liste ist ziemlich lang. Wenn man Spaß dran hat, kann man das natürlich machen. Aber insgesamt würde ich sagen, dieses ständige Hin- und Herhüpfen und doch irgendwie nie am richtigen Ziel ankommen, das ist eher was Frustrierendes. Weil, ja, irgendwie, es passt nicht hundertprozentig die Distribution, die du jetzt als Ganzes installiert hast. Dann machst du vielleicht auch keine Nacharbeiten und springst dann schon zur nächsten, obwohl du es vielleicht mit ein paar Anpassungen dort relativ leicht hättest umsetzen können. Und ich glaube, das frustriert eher, wenn man sowas am Anfang auf jeden Fall macht. Naja, und dementsprechend waren auch eher die Kommentare dabei. Leute, die sowas schon länger machen. Und hätte ich das mal vor 10, 15, 20 Jahren gehabt, da hätte mir das geholfen. Aber meine Historie ist in folgende. Also, ja. Super. Ich war ja auch sehr sprunghaft zum Anfang unterwegs und irgendwann bin ich dann nicht mehr so extrem gesprungen. Also, ich sag jetzt mal, ich springe jetzt quasi nur noch distributionstechnisch in der grundlegenden Familie. Also, alles auf Debian und Ubuntu basierenden. Da würde ich noch springen und vielleicht so ein bisschen arch. Aber alles andere, tut mir leid für alle, die da Suse, Fedora oder ähnliche Fans sind, ist nichts für mich. Nicht, weil es schlecht ist oder ähnliches. Einfach nur, weil ich mich woanders inzwischen besser eingelebt habe. Muss man auch so sagen. Man muss ja auch ein bisschen gucken, dass man was fertig kriegt am Tag. Das stimmt. Also, wenn du es jetzt als vielleicht komplexes Grafikadventure ansiehst, dann kann das ja vielleicht schon der Zweck sein, das auszuprobieren. Mal zu gucken, was geht da so alles und so. Wenn es dir eigentlich egal ist, wenn es kein Arbeitswerkzeug ist oder irgendwie, dass du eine Tätigkeit damit abschließen möchtest oder so irgendwas, dann kann es ja auch in Ordnung sein. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, dass du ein Betriebssystem installierst. Also, bei anderen gibt es das glaube ich eher auch nicht, dass man da so Bock hat, so jetzt installiere ich hier, keine Ahnung, Windows 7 nochmal, weil das so ein tolles Erlebnis ist, dieses Installieren oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Ich glaube, das macht man da auch eher nicht. Also, ich würde mal so das von mir so ein bisschen reproduzieren oder das erzählen wollen, weil ich teste ja auch recht viele Distributionen einfach mal, um über den Tellerrand hinauszuschauen, gucken, wie machen andere, da sind wir wieder bei den schönen geflügelten Wörtern, Benutzererlebnis, also Desktop-Anpassung oder ähnliches. Oder irgendwelche Distributionen, die für einen speziellen Zweck gefertigt sind, was haben sie implementiert, was ist da der Sinn dahinter, finde ich immer hochinteressant und würde ich das jetzt nicht immer noch so machen, hätte ich ja meinen Running-Gag mit Garuda nie gefunden, sondern erstmal so ein bisschen Forschungsgeist muss da sein, nur eben auf dem Produktivsystem das immer zu wechseln und neu zu installieren, da wird man natürlich nicht fertig. Das sollte man vermeiden, aber sich andere Distributionen anzugucken, da schließt es ja nicht aus, da wollte ich eigentlich hin. Das habe ich auch gemacht, letzte Woche, also letzte Woche habe ich sogar drei Sachen aufgenommen und vorbereitet und durch ein Kommentar bei Linux News oder so, da war ein Kommentar, da stand da irgendwie bei, Ach, übrigens, das Paket gibt es dann auch unter Reborn OS. Kennst du Reborn OS? Ja, es sagt mir was, ich weiß gerade nur nicht den Einsatzzweck, war das auch so ähnlich wie Blend OS, dass sie mehrere Repositories haben? Oder war das Reborn OS, was komplett anderes? Es kann nur sein, dass es Verwitzler. Es ist ein Arch, was sich an Einsteiger richtet und verschiedene Desktops direkt installieren kann, direkt beim, also wenn das Betriebssystem installiert, kannst du aus einer Liste mit über zehn verschiedenen Desktop-Umgebungen und Fenstermanagern, die etwas aussuchen und dann wird das so installiert und das habe ich mir angeguckt, erst mal auf der Seite, aha, das kann auch TDE, also TDE Trinity, das ist so der Desktop, den ich benutze. Hat mich erst mal erstaunt, dass die das machen, denn das ist ja auch eher so ein Randgruppen-Desktop. Ja, da dachte ich, probierst du das mal aus, machst dein Video draus und diese Kombination Arch plus Einsteiger, also wirklich auf Einsteiger, sagen sie von sich selbst, plus TDE, das probiere ich mal aus. Und das ist nicht so gut gelaufen. Also, von daher hat es wieder so, also Arch sehe ich eher als eine Profi-Distribution an, wo man sich dann auch selbst helfen können sollte, auf jeden Fall umfangreiche Dinge lesen, wenn man es nicht selber weiß. Und das ist da auch, also das ist gnadenlos gescheitert an wirklich grundsätzlichen Dingen, also sowas wie Tastatur einstellen im Setup, Tastatur eingestellt, hochgefahren, englische Tastatur, okay, gut, klappte nicht. Beim Anwendetmanager, der Benutzer, den ich angegeben habe, ist in der Liste nicht drin, da stehen zwei X-Systembenutzer drin, aber nicht der, okay, gut, ich kann auch per Hand eintippen, ist ja in Ordnung. Und die haben ein eigenes Programm geschrieben, womit man viele Sachen nochmal einstellen können soll. Das Ding hat sich weggehängt und ja, ja, also das war irgendwie so von einem Problem zum nächsten. Und das habe ich, habe ich das vor oder nach dem anderen? Ich glaube, hier wäre erst diese fünf Sachen, die man als Einsteiger nicht machen sollte. Und dann hat mir das das wirklich komplett einmal bestätigt. Also eine Distribution, die nicht wirklich verbreitet ist, die relativ frisch auch noch ist, das gibt es über, also ungefähr zwei Jahre, das Projekt erst. Ja, also wirklich so, wenn du das jetzt als erstes gesehen hättest, als so Einsteiger, bist du irgendwie drauf gekommen, die Seite sieht natürlich hübsch und bunt aus. Ah, das ist ja cool, das ist Linux, probierst das aus und das geht nicht, das geht nicht, stürzt ab. Dann schmeißt du das wahrscheinlich hinterher in die Ecke und sagst, nee, Linux ist ja total dumm. Das ist der letzte Scheiß, will ich nie wieder was mit zu tun haben. Ja. Ach, das ist schwierig, ja. Also, ich habe immer höchsten Respekt vor jedem Arch-Nutzer, weil, ja, die Lernkurve, dadurch, dass es halt Rolling Release ist, beziehungsweise nicht mal die Lernkurve, die Bereitschaft, Fehler fixen zu müssen, beziehungsweise sogar zu können, ist da einfach höher. Aber mit dem großen Vorteil, dass du wirklich das Neueste vom Neuesten hast, finde ich immer sehr respektabel, der das einsetzt und damit gut klarkommt. Aber halt so diesen Anfängeraspekt auf Arch-Basis finde ich auch schwierig. Also, Manjau hat da immer schon einen relativ guten Weg und ein gutes Endergebnis abgeliefert. Mit dem Manko, dass es eben nicht mehr so schnell die Software, die neueste Software haben wie ein reines Arch. Da haben sie ja auch diesen Testing-Zyklus dazwischen, wie es ja fast, wie es eigentlich bei Debian ist. Nur das ist, ich glaube, Arch, dann Manjaro Testing und dann Manjaro Stable. Na doch, das ist wie Debian. Debian Sit wäre das reine Arch, dann wäre Testing das Manjaro Testing und dann wäre beides Stable. Das haben sie ja quasi so ein bisschen übernommen, ja doch, das Prinzip übernommen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber ansonsten kenne ich auch noch keine wirklich gute, oder was heißt gute, keine andere Beginner- oder Einsteiger-Arch-Distributionen, wo ich Gefahr sehe, dass das dann doch eher so ein Erlebnis wird, wo der Nutzer dann, wie du halt sagst, oh nee, dann tue ich mir dann halt doch mal Windows 11 an. Lieber, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, kennt jemand anders vielleicht noch eine Einstiegs-Arch-Distribution, die nicht den Erstanwender vielleicht zu sehr überfordert? und schreibt jetzt bitte nicht Garuda rein. Tja. Also, Antergos, Antergos, ja, wäre auch noch mit bei gewesen, aber, gibt's das noch? Nee, ich glaube, da ist ja Reborn OS quasi draus entstanden. Ach so, so rum, ja okay, gut. So rum war das, glaube ich, oder hat's nicht sogar hier jemand schon reingeschrieben? Ja, ja, ich dachte jetzt umgekehrt, aber, äh, ja, Endeavor. Endeavor, äh, so einstiegsfreundlich finde ich's auch nicht. Also, es macht die Installation recht einfach. Dann hast du fast, in Anführungszeichen, fast wirklich ein reines Arsch. Also, hm, weiß ich noch nicht. Also, ich hab noch nicht so die Vorteile zwischen Endeavor und Arsch rausgefunden für mich. Diese Distribution, die sich an Spieler richtete, also an Gamer, die besonders toll und schnell sein sollte, die du mal probiert hattest, was war das noch? Ich hab extra gesagt, es soll keiner Garuda reinschreiben und du fragst mich jetzt danach. Ach, das war Garuda? Das war die Dragonized Garuda Edition. Dragonized? Ja, die Gaming Edition. Ah. Oder Edition. Und die, die andere ist nicht Dragonized, die ist, äh, dann, äh, was? So halb normal. Und dann gibt's noch ganz viele Varianten mit entweder anderen Desktops oder, äh, Displaymanagern, auch ganz wild. Als ich, als ich's mir das letzte Mal angeguckt habe, gab's drei Displaymanager und ein, ein ISO davon war benutzbar in der VM. Auch nur so halb. Ja. Und als du das ausprobiert hattest, war, äh, hattest du sogar ein paar Bilder pro Sekunde weniger als unter dem anderen Arch? Oder was war das noch? Nee. Das war so erschreckend, die, die Installation auf, auf meiner Hardware hier. Ähm, von den Reihenergebnissen und dann hab ich einfach mal mein Pop-OS wieder gestartet und das war einfach doppelt so gut von den FPS. Also, die haben mir gesagt, hier sind die Gaming-Distributionen schlechthin mit sonst da was. Ich hab jetzt nichts Besonderes drin gehabt in meinem System und hat trotzdem nicht abgeliefert. Also, äh, eher im Gegenteil. Selbst eine Manjaro lief vorher, um es mal so ein bisschen auf eine Art Sparsis zu vergleichen, auch deutlich besser als das, was Garuda versprochen hat. Das war irgendwie, naja. Und dann eine Woche später ging's ja gar nicht mehr, weil's irgendwie durch Updates, Paketkonflikte, die, die waren nicht auflösbar und nach dem dritten Anlauf im Arch-Wiki, äh, nach dem dritten Paket von 12 hatte ich dann auch keine Lust mehr, das händisch zu korrigieren. Das, ähm, war dann für mich eine Luftnummer und, ja, seitdem ist Garuda so ein Running Gag bei mir. Tja. Hm. Immerhin etwas. Ja. Da muss man lange garudern, um da wieder rauszukommen, oder so. Garuda hast du eine ganze Zeit auf der Stelle, dass du mal vom Fleck kommst. So wie mit nix. Ja. Ja. Also so, so, so einige sind ja wirklich vom Namen her, hm, da kann man schon was draus machen. Ja. Oder auch nix. Ja. Ja. Ja, nee, also war insofern einerseits frustrierend, äh, aber ich muss das ja auch nicht einsetzen, das ist das Schöne daran. Und hinterher hatte ich, ähm, äh, ja, hatte ich dann ein Video und, ähm, beim Schneiden hatte ich dann auch noch Spaß, also da, ähm, also es hat so einen gewissen Humoranteil dabei, den vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann, aber ich, ich war beim Aufnehmen so frustriert, dass ich das dann nachher, hier so ein bisschen wieder zurückgeholt habe, beim Schneiden. Ja. Ja. Aber irgendwo waren wir ja alle mal Anfänger. Das stimmt, das stimmt. Ähm, also bei mir ist das ja noch ein bisschen länger her, aber damals war es ja auch, ähm, also die erste Entwicklung ist von 96, äh, da hab ich's denn, so ein Suse-Paket geholt, da gab's auch ein richtig dickes Handbuch dabei und das musstest du auch wirklich lesen, sonst ging da gar nichts. Selbsterklärend, äh, natürlich sowieso nicht und allein diese Zusammenstellung von den Paketen, die du installieren konntest, ich glaub sowas wie Abhängigkeiten wurden auch nicht sauber aufgelöst, also da hattest du eine sehr, sehr lange Liste, wo du einzelne Häkchen setzen musstest, im Textmodus und dann hat dir das da die Platte voll gemacht. Die waren damals ja auch nicht so groß und du konntest diese Zusammenstellung auch auf einer Diskette abspeichern, um die dann beim nächsten Mal wieder zu laden, damit du dann nicht wieder komplett neu alles, äh, in der Hand auswählen musstest. Und aus, ähm, der Soundkarte Ton rauszukriegen, das war auch ein, ähm, kleines Abenteuer, du musstest nämlich den Kernel selbst neu bauen, weil keine Soundtreiber drin waren oder jedenfalls nicht für meine Soundblaster 8-Bit-Mono- ähm, Nachbau-Dingsbumskarte, aber die war kompatibel zum Soundblaster, war irgendwie mehr oder weniger gut in dem Handtuch beschrieben und, naja, gut, dann hat der Rechner auch mal den ganzen Tag rumkompiliert, damit der neue Kernel rauskam, damit Ton rauskam und das war ein Erfolgserlebnis hinterher. Aber, ja, Internet gab's damals so noch nicht, jedenfalls nicht bei mir, von daher gab's wirklich bloß dieses Handbuch und, ähm, ja, meine Durchhaltefähigkeit und Leidensfähigkeit dabei, damit das dann auch irgendwann mal funktionierte. Klar. Ein Glück hatte ich's damals nicht so schwer mit der Installation. Ne. Ja, das ging dann schon deutlich einfacher, aber ich komm noch aus so einer Anfängerzeit 2, 11, 12, da war's noch nicht so einfach, einen brauchbaren Grafiktreiber zu installieren. Also, meine ersten Gehversuche mit proprietären Grafiktreiber, damit man da auch spielen konnte, sind auch meistens in Neuinstallationen geendet, weil ich einfach mit so einem X-Server noch nichts anfangen konnte, wenn da einfach nach einem Reboot der Monitor schwarz bleibt oder man vielleicht noch hier den X-Server Kreuzmaus hatte, aber man konnte ja damit nichts machen. Ja, Anfängerzeiten sind immer so die interessantesten mit der steilsten Lernkurve, zumindest was das System angeht. Ich hatte, du hattest dann irgendwann in deinem Video, wenn ich mich recht entsinne, auch den Tipp gegeben, erstmal alles auszuprobieren und wenn man sich dann hundertprozentig sicher ist, dass man Windows nicht braucht, kann man das auch löschen. Das war doch bei dir. Also ich habe da so eine schrittweise Folge, also guck dir das erstmal an im Internet. Guck auch mal, was andere Leute dazu sagen, ob das vielleicht eine ganz praktische Sache ist, diese Distribution, die du ausgeguckt hast. Wenn das soweit gut aussieht, nimm eine virtuelle Maschine, installier das erstmal da drin. Guck mal, ob sich das so anfühlt für dich, wie du das haben möchtest, ob das insgesamt eine runde Sache ist. Mach da drin vielleicht auch schon mal deine ersten Gehversuche, installier mal ein Paket nach, entferne mal was, stell dir vielleicht den Font beim Desktop um, irgendwie diese Sachen, die man vielleicht so machen möchte. Und wenn du dann als nächstes zum Punkt kommst, aha, das ist eigentlich schon ziemlich gut, das, was ich haben möchte, mach dann einen USB-Stick, den du im richtigen, also direkt auf der Hardware booten kannst, so ein Live-Medium, das gibt es ja bei sehr vielen Distributionen, guck dann mal, ob dann deine Hardware unterstützt wird, ob die Grafikkarte richtig funktioniert und so weiter. Und wenn das alles geht, dann kannst du so ein Dual Boot ausprobieren, bisschen Platz von Windows wegnehmen und dann auf dem freigegebenen Platz dann das Linux installieren. Und wenn du dann irgendwann dieses Windows überhaupt nicht mehr brauchst, dann kannst du irgendwann später diesen Platz wieder freigeben und dann machst du das Linux etwas größer. Also das war für mich jetzt so dieses Vorgehen, was ich so nie gemacht habe, aus verschiedenen Gründen, aber was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht ganz gut wäre, um da nicht so diesen Sprung ins kalte Wasser zu machen, denn ich glaube, viele, die damit anfangen, wollen zu viel auf einmal. Die wollen wirklich, ich habe hier 100 verschiedene Softwarepakete unter Windows, die müssen jetzt auch alle unter Linux laufen und wehe, da ist ein Pixel an der falschen Stelle oder sonst irgendwas, dann ist das alles Mist. Aber das liegt ja auch im Sinn der Sache. Du machst einen Wechsel des Betriebssystems und damit soll es ja irgendwie anders sein. Es ist wirklich komplett was anderes. Die Leute, die von Windows auf Mac OS oder irgendwie so in die Richtung wechseln, da hört man das ja eigentlich nicht, dass die Leute sagen, oh, die Cortana, die ist jetzt aber weg oder da ist ja kein, was weiß ich, kein Edge-Browser bei oder irgendwie sowas. Ich muss immer einen Safari öffnen, um den Edge runterzuladen, das ist ja furchtbar. Irgendwie so, ja. Also das hört man da ja eigentlich nicht. Nee, deswegen. Da gehört es zur Erfahrung dazu, dass es was anderes ist, dass es da auch viele Sachen nicht gibt und vieles auch nicht mehr so funktioniert wie vorher. Das soll es so, das wollen die Leute eigentlich auch. Bloß irgendwie von Windows auf Linux, da wird doch, das ist ja nicht mehr so wie vorher. Nein, natürlich ist es nicht so wie vorher, ist klar. Ja. Du schlägst doch auch nicht in den Straßenbahn ein und fragst dann, wo ist denn die Kupplung ins Gaspedal? Man kommt zwar an, das ist nur halt anders. Man lenkt halt nicht mehr selber und fährt nicht mehr selber. Aber hattest du nicht zum Schluss gesagt und zum Schluss könnt ihr das Windows überschreiben? Passt du das nicht? Mir ist so, weil das muss ja Anfang der Woche gewesen sein, jetzt mal so unter uns. Deine Videos gucke ich immer ganz pünktlich Dienstag, wenn sie rauskommen. Meistens mache ich da meine Mittagspause in der Zeit und im Homeoffice fange ich dann an zu kochen und nebenbei läuft dann halt das Neueste nicht der Weisheit. Letzter Schlussvideo. Das könnt ihr alle übrigens machen. Das ist sehr gut und auch verdauungsförderlich. Also das ist super. Und da ist mir halt irgendwann jetzt die Woche nochmal der Gedanke gekommen, ja stimmt, ich habe ja auch schon ganz lange inzwischen kein Windows mehr hier auf dem heimischen Rechner. Eigentlich erst mal nur zum Testen wegen Debian 12, aber auch die SSD habe ich schon ganz lange nicht mehr gebootet. Und die Windows SSD ist sogar noch im Rechner drin, die ist halt nur abgesteckt, aber so wie es halt ist, man ist dann halt so faul jetzt mal wieder die richtigen Platten da raus und rein zu schrauben und mir ist aufgefallen. Ich vermisse es gar nicht mehr, aber das Glück, oder was heißt das Glück, die Erfahrung kann halt nicht jeder direkt irgendwie machen, weil jeder hat andere Bedürfnisse, die an so ein Betriebssystem gebunden sind, beziehungsweise an den Anwendungszweck des Betriebssystems. Das Betriebssystem selber ist ja, die machen alles irgendwie genauso, nur eben ein bisschen anders. Es ist irgendwo nur eine Vermittlung zwischen Hardware und Benutzereingaben. Also es gibt ja auch Fälle, wo du überhaupt nichts wechseln kannst, also wo du auch quasi niemals wechseln kannst. Wenn ich mir jetzt so diesen industriellen Bereich angucke, wo es große Hardware gibt, also nicht Hardware von der Stange, sondern sagen wir irgendwelche großen Fräsen oder so irgendwas, das kannst du nicht wegschmeißen, weil sowas denn vielleicht mal 100.000 kostet. Es funktioniert ja, aber du wirst dieses Betriebssystem, was dann mitgekommen ist, an oder dazu mal niemals wechseln können. Den Hersteller gibt es vielleicht nicht mehr oder der sagt, naja gut, wenn du was anderes willst, dann musst du aber auch eine neue Fräse kaufen und die kostet halt x x tausend. Also von daher bleibt es an einen Stellen wirklich festgenahlt, so wie es ist oder auch in vielen anderen Bereichen. Da geht es denn nicht darum, dass man irgendwie was Neues, Aktuelles oder auch irgendwie Sicheres hat. Es ist egal, man kommt davon nicht mehr runter. Und genauso gibt es das ja auch bei vielen Heimanwender, die vielleicht irgendwelche alte, liebgewonnene Software damit haben, die unter neuen Betriebssystemen nicht unterstützt wird. Da gibt es ja auch eine ganze Menge, auch so komplette Softwarekategorien, die es auch nicht mehr gibt. sowas wie so ein Webseiten Baukasten oder was weiß ich, also ja, also es gibt vieles, was es heutzutage nicht mehr gibt insofern und von daher die bleiben dann bei dem, was sie haben, aus diversen Gründen und ist warum nicht, ist ja auch in Ordnung, wenn man jetzt kein Sicherheitsproblem damit hat, wenn das Zeug nicht ins Internet kommt, würde ich sagen, ist das jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, kann man so machen, aber vernetzen ist dann blöd. Ja, das stimmt dann. Ähnliches Problem habe ich mit meinem Mediacenter, was ich nutze, ich nehme mir da Plex und ich finde keine passende Alternative, zu der ich wechseln kann, ich dachte mit Navidrome als Musik Library komme ich gut klar, das hat ein spezielles Feature nicht und das wird es auch nicht bekommen, das kann nach Interpreten, Titeln, Alben, alles aufschlüsseln, aber du kannst nicht in der Ordnerstruktur suchen und das brauche ich für meine Playlists, weil die Musik, die man hier für den Stream zum Beispiel hat, von Pixar Bay oder von der YouTube Library, da sind halt keine Interpreteninformationen oder Albeninformationen drin, also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, krieg einen Arschwuch, tu dann halt selber einen Interpreten festlegen in den Metadaten, aber es ist halt einfacher, wenn da eine Ordneransicht wäre, es ist, ja, und jetzt bin ich da auch so ein bisschen gefangen auf Plex Medias Center, da wollte ich eigentlich hin, aber naja, eigentlich wollte ich wieder zu den Anfängern zurück, weil der FonsiWeb hat bei dir im Chat nämlich auch nochmal einen interessanten Punkt, gerade für die Anfänger ist ja eigentlich die Community da ringsrum auch recht wichtig und die Arch-Community ist nicht gerade die Anfänger- freundlichste Community die ist zwar sehr, sehr detailliert und tiefgreifend, aber für Anfänger haben die eher weniger so gefühlt, da kriegt man halt als Antwort immer als erstes lies die Man-Page, Ja. Also von daher. Also von daher fand ich das auch irgendwie interessant, ne, also das, muss ich was mal nachlesen, RebornOS, so heißt das gute Stück, eben diese Kombination aus Arch plus Einsteiger, dachte ich mir, ne, das geht, das geht nicht gut. Also bevor ich da anfange, Dinge rum zu testen, da mache ich auch quasi so eine Einschätzung dazu, dass ich ja, so Arch üblicherweise nicht so als Einsteiger freundlich einsortieren würde, da gibt es andere, die das eine eher erfüllen, aber Arch noch nicht unbedingt und das wurde nachher eigentlich komplett damit bestätigt, also ich hätte mir ja eigentlich gewünscht, dass das hinterher alles gut funktioniert hat, hätte, aber ist nun nicht der Fall gewesen. Ja, ja, genau, und, ja, so, genau, also von daher, hm, 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 irgendwie schade drum, vielleicht ändert sich auch in dem Bereich noch irgendwie was, wäre ja ganz, ganz cool. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ja, also wir gucken die Chats auch durch, aber wir haben ja drei insgesamt parallel und wenn ich anfange, was zu lesen, dann erzähle ich bloß noch Quark nebenbei. Das von daher entweder oder serielle Verarbeitung nicht parallel, das klappt bei mir nicht. Ja, das können wir irgendwie alle nicht, aber die Chats werden gelesen und auf denen wird auch eingegangen. so ist es nicht, habe ich auch gerade, es dauert halt nur eine Weile, wenn hier die Männer einmal am Redefluss sind, könnt ihr froh sein, dass nicht erst die Kriegsgeschichten kommen. Bist du auch früher, 1996? Ja, ja. Apropos Gaming, mir ist auch aufgefallen, ich tue inzwischen gar nicht mehr vorher bei ProtonDB reingucken, ich habe letztens privat auch außerhalb des Streams oder ähnliches mir Punch Club 2 geholt und ich habe einfach auf kaufen gedrückt, ohne vorher zu verifizieren, ob das überhaupt auf Linux läuft und inzwischen ist Proton so weit, dass solche Sachen einfach laufen. Man muss auch sagen, das ist jetzt nicht grafisch, das ansprechend ist es, aber das anspruchsvollste, genau, danke. Das ist nicht das anspruchsvollste Spiel, muss man auch sagen. Aber hat Spaß gemacht, ich tue noch am Endgegner irgendwie scheitern. Kleine Empfehlung für alle, die so ein bisschen popkulturelle Referenzen Sport oder Dings-Simulatoren nicht Dings-Simulatoren Sport-Simulatoren so ein Manager Wegstrich ja popkulturelle Referenzen Pixel Grafik mögen sich mal Punch Club 1 und 2 angucken. Punch Club, das klingt so ein bisschen wie Fight Club. Ja, ist auch da ein bisschen referenziert, aber im Endeffekt tust du einen aufstrebenden Boxer spielen und der muss sich halt die Ligen nach oben punch klappen irgendwie so und noch sein Leben nebenbei organisieren. Also wie diese ganzen Simulatoren, die ja irgendwie dieses Gefühl für alles gibt, das gibt es auch dafür, also wie diese ganzen Küchensimulatoren oder hier ich mache jetzt einen Kaffee auf oder ein Restaurant oder eine Wurstbratbude oder und das ist jetzt sowas ähnliches mit Boxen. Ja, so ungefähr, nur ein bisschen mehr drumherum und ja, da gibt es ein bisschen mehr Geschichte. Simulator bedeutet, also die klassischen Simulatoren, hier hast du deine Bruchbude, mach was draus und spiel solange du Lust hast, hast du ja meistens so bei diesen Simulations Sachen aber da gibt es halt auch die Story, aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht da so hin, ich wollte nur sagen, ich bin inzwischen auch nicht so befreit, dass ich noch nicht mal mehr bei ProtonDB reingucke, das Spielen auf Linux, das ist möglich, wird immer besser und ist jetzt schon eigentlich an einem Punkt, wo, wenn man nicht immer das Neueste vom Neuesten spielen will, weil da ist es halt einfach, gerade dadurch, dass da immer noch so eine Schicht dazwischen ist, das muss halt immer noch ein bisschen angepasst werden, das Neueste vom Neuesten kann man nicht sofort auf Linux spielen, möchte ich behaupten, ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert, weil die AAA-Titel, die immer neu rauskommen, die interessieren mich meistens nicht, also weiß ich nicht, kann ich leider nicht sagen, aber eigentlich wollte ich wieder zurück, jetzt bin ich von der Empfehlung irgendwo ganz weit abgebogen, würde ich nicht hier stehen, würde ich denken, ich bin im Wald, aber Okay, gut, wie ist denn der Weg aus dem Wald zurück auf die Lichtung? Das ist eine gute Frage, oder ich hätte vorhin kurz so einen Anknüpfungspunkt zu einem nächsten Stichpunkt auf meiner Liste gehabt, aber dieser magische Moment, der ist dann irgendwann vorbei gewesen und dann sind wir irgendwie bei ich weiß auch nicht mehr wo gelandet, irgendwann anders. Naja, wir lassen es einfach so. Cody Media Center fragen noch der Markus und der Ingo funktioniert für mich nicht, ich brauche etwas, was ich quasi selber auch dann nach draußen hosten kann und das Cody Media Center läuft ja nur lokal, also ich brauche irgendwo eine Web-Oberfläche, die ich auch mal von aus erreichen kann. Das ist so meine Anforderung, deswegen, ich weiß nicht, wie es inzwischen dort aussieht, habe ich es mir ganz lange nicht mehr angeguckt, als es noch XBMC hieß, da habe ich es genutzt, aber da hatte ich auch noch nicht das Setup, wie ich es jetzt habe. Ihr seht, es ist alles irgendwie ganz schön verworren. Genau, jetzt sind wir quasi mal von deinem Video, was hast du dir denn aufgeschrieben? Das war ja das, was ich jetzt als erstes erfragt habe. Nehmen wir mal einen Punkt von deiner Liste. Also das, wo ich, Moment, was wäre der Absprungpunkt gewesen? Also eigentlich ist das mehr so ein Metathema. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, also ich bin so am Rande. Bei Debian hat der KeePassXC Maintainer wohl für Unstable das Paket modifiziert, also was KeePassXC heißt, hat da Funktionen rausgenommen und wollte dann ein weiteres namens KeePassXC voll mit dem vorherigen Umfang dazugeben. Aber in jedem Fall, wo du dein System aktualisierst, also vorher KeePassXC installiert hast, wurde das neue KeePassXC mit reduziertem Funktionsumfang nach installiert werden und da hat es ja eine Menge ja eine Menge Ärger gegeben. Insofern, also die Leute fanden das nicht so witzig, dass denen irgendwelche Funktionen weggenommen werden, aber das ist mehr oder weniger bloß der Aufhänger dafür, also ja, also sowas passiert ja hin und wieder, dass Dinge im Funktionsumfang reduziert werden, das kennt man ja auch von anderer Software her und ja, ist ja irgendwie blöd, also du hast was genauso heißt wie vorher, aber du kriegst nicht, wie es ja eigentlich üblich ist, bei jeder neuen Version kriegst du ja immer so ein bisschen oben drauf, nochmal eine Funktion mehr, sondern da fehlt auf einmal irgendwas, was für einige doch durchaus essentiell ist. Das hätte ich da noch so auf meiner Liste gehabt, also als vielleicht so ein allgemeines Problem, was auftritt und wie man damit umgeht oder ob vielen das auch irgendwie egal ist, also jemand schreibt einem das vor und dann ist es weg, gerade was ja im proprietären Bereich eigentlich gang und gäbe ist, erstmal kriegst du es gratis dazu, irgendwie so als Dreingabe, dann gibt es das irgendwann als Plus-Version, die Standard-Version gibt es nicht mehr, dann gibt es diese Plus-Version, die genauso wie vorher, die du aber jetzt als Abo bezahlen musst oder und irgendwann später gibt es das Plus-Version als Enterprise für nochmal viel mehr Geld und so ein bisschen so in die Richtung ging das auch, also natürlich will da keiner mit was bezahlen, aber ja gut, das war eher verwirrend, also es verwirrt mich im Moment auch irgendwie mehr, dass ich da jetzt eine richtige Linie reinkriege. Aber ich muss sagen, die ganze KeyPass-XC-Geschichte ist bei mir so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil ich ja KeyPass-XC so gar nicht nutze und irgendwie ist es mir auch nicht in meinen Newsfeed reingespült worden, weil ja, ist leider nicht, aber ja, das mit dem, ich sag mal, Diktieren der Funktion ist halt immer schon so eine Sache, ne? Jetzt haben wir ja das große Glück, wenn man eben Open Source Software hat, dass man ja auch wirklich einwirken kann mit genügend Anteilnahme. Im Gegensatz zu einem großen Konzern, dem ist das eigentlich relativ egal. Hauptsache, der kriegt irgendwo sein Produkt finanziert mit ausreichend Gewinn und der Rest ist ein bisschen relativ, sagen wir es mal so. Also, das war ja jetzt auch das Endergebnis bei KeePass XC, da wurde ja auch relativ viel oder intensiv auf den Entwickler einge-, nee, nicht Entwickler, Maintainer für das Paket unter Debian eingewirkt und deswegen ist ja die Funktion wieder da. So habe ich das quasi nochmal mitbekommen zum Schluss. Mhm, ja. Ja, war richtig. Genau, also der Standstieg vorher ist da. Also die Idee dahinter war ja eigentlich nicht unbedingt schlecht. Also, dass Funktionen, die potenziell gefährlich sind, hat er rausgenommen, dass von Webseiten irgendwelche Icons nachgeladen werden, um die dort einzublenden. Eine Option, die standardmäßig sowieso deaktiviert ist, also ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, die standardmäßig aus, habe ich auch nie vermisst, aber die Integration mit den Webbrowsern, die hat er auch rausgenommen. Also das ist was, was man ja eigentlich wirklich haben möchte. Also, sag ich mal, die meisten wollen das da haben. Ja, und, ja, also der Sicherheitsgedanke dahinter verstehe ich. Also ist es ja, ist ja schon eine theoretische Sicherheitslücke, wenn du es wirklich lokal haben möchtest, ohne dass es Daten mit extern irgendwie austauscht, egal was da fließt, ist es ja eigentlich insofern eine gute Idee, aber das Verhalten komplett zu ändern, wie man es gewohnt ist, sodass dein Arbeitsablauf, den du seit x Jahren kennst, damit auf einmal kaputt ist, weil was Essentielles fehlt. Also das sollte eigentlich niemals passieren, eigentlich. Das bringt mich fast zu einem anderen Thema. Ich wollte nur ganz kurz hier auf den YouTube-Chat eingehen. hat auch von C-Web gemeint, ja, wenn es zu schlimm wird, gibt es einen Fork. Dafür ist es ja Open Source. Also dann macht halt jemand anders einen Fork davon und macht das Feature wieder rein und vielleicht stirbt dann das erste, das von dem weggeforkte Projekt dann aus dadurch. Vielleicht ist das dann das Learning, was man daraus zieht, aber ja, Open Source kann geforkt werden. Das ist der Vorteil, den wir haben. Genau, aber es ist ja nicht bei KeyPassXC gewesen, es ist ja bloß die Entscheidung des Maintainers unter Debian gewesen. Das Originalprojekt, das enthält ja alle Funktionen weiterhin, bloß derjenige, der es paketiert hat, der hat da Funktionen rausgenommen und ein anderes Paket gemacht, was nicht im Funktionsumfang dem entspricht, was das Original KeyPassXC mitbringt. Jetzt ist natürlich die Frage, also von daher hätte es Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann man das so einfach oder würde das jetzt die GPL brechen? Also was, was hat jetzt der Maintainer quasi gemacht damit? Der hat ja eigentlich ein Produkt oder ein Projekt genommen, das angepasst und eigentlich unterm selben Namen verkauft, ist jetzt das falsche Wort, aber eben verbreitet. Darf er das? Ja, also die GPL verbietet das nicht, also das, womit man dann theoretisch kommen könnte, wäre Namensrechte, also das hat ja Mozilla eine Zeit lang gemacht, gerade im Zusammenhang mit Debian, da hieß der Firefox ja nicht Firefox, sondern Ice Weasel und der Thunderbird hieß Eis Duff Duff, also die Eistaube, aufgrund von Namensrechten, weil Mozilla gesagt hat, nee, das, was ihr daraus zusammenrührt, das ist jetzt nicht unser Produkt, also benennt ihr das jetzt um und dann haben sie es über viele Versionen von Debian Mindest 2, 3 Releases, hieß das da einfach anders, es war im Kern selber, aber es hatte vielleicht die eine oder andere Funktion mehr oder weniger. Aber die GPL, die macht da keine Einschränkung, weil sie sagte nicht, du musst das jetzt aber umbenennen. Also ist natürlich sinnvoller, das umzubenennen, wenn das komplett weggeht. Allein für die Endbenutzer, dass sie wissen, aha, das ist jetzt nicht das, was auf der Webseite des Originalentwicklers beschrieben ist, das ist eben was anderes. Also, ja, auch wenn man es vielleicht nicht muss, ist es durchaus sinnvoll, das irgendwie zu kennzeichnen. Aha, na gut, das hätte ja sein können, dass das irgendwo ein bisschen kritisch ist, außer eben dann namensrechtstechnisch. Aber ich dachte, das ist ein bisschen kritischer, wenn jetzt ein Maintainer sagt, ich tue jetzt das Paket verändern und behaupte, das ist genau das, was man kriegt, das finde ich nicht schön, sagen wir es mal so. Ja, also bei Debian und wahrscheinlich bei anderen Distributionen ist es ja auch so, wenn du kannst ja die Quelltextpakete runterladen und wenn du das machst, dann wird dir so eine Verzeichnisstruktur angelegt, da sind also die Quelltexte drin, C, C++ oder was auch immer, das für eine Programmiersprache ist, dann die Neter-Daten fürs Paket bauen, wo drin steht, wie das Paket heißt, welche Version das hat und sonst irgendwie und Abhängigkeiten und sowas und je nachdem, was das für eine Software ist, gibt es manchmal auch so ein Patch-Verzeichnis noch drin und da gibt es extra Patches vom Debian-Projekt, die alles mögliche umkonfigurieren, auch weg vom Standard, von dem, was eigentlich im Original drin ist, also das können auch relativ umfangreiche Änderungen sein, auch im Verhalten und das Paket heißt ja hinterher genauso, also weiterhin genauso wie das Original-Produkt, also das ist ist gang und gäbe und bis auf die Sachen mit Firefox und dem Thunderbird wüsste ich jetzt auch nicht, dass es sowas ähnliches nochmal gegeben hat. Nee, ansonsten ist mir auch nichts bekannt, aber das weiß, vielleicht weiß das jemand anders. Ja, vielleicht weiß das jemand von unseren Zuhörern und live dabei seiern. Man könnte eigentlich sagen, das sind unsere Kerle, wenn wir jetzt schon jedes Mal als das Podcast meine Kerle sagen, aber fühlen sie sich dann angesprochen, ist die Frage. sind wir jedenfalls nicht zu zu zweit allein. Da sind wir mit mehreren zusammen einsam irgendwo im Keller. Wie man es nimmt. Das ist gar kein Keller, aber ja, ja, ja. Nee, klar habe ich nicht. Ich glaube, jetzt wird die Leitung schlecht. Bin ich wieder pixeliger? Ja, und ich höre dich auch ein wenig schlechter. Es ist manchmal echt so ein bisschen hier mit dem Entwicklungsinternet von Deutschland wenig schwierig. Das ist irgendwie... Aber sehe ich bei dir verpixelt aus? Im OBS? Jetzt gerade warst du kurz auf jeden Fall für mich sichtbar verpixelt im OBS. Deswegen habe ich interveniert. aber... Okay. Okay, okay. Dann muss ich einfach langsamer sprechen und tief. Ja. Es ist besser als nichts. Mach das nicht nach, das bringt nichts. Ja. Was hatten wir noch? Also, eins oder was denn? Ja, haben wir zu dem Thema noch irgendwie was? Nee, da, wo ich irgendwie abbiegen wollte, der Pfad ist auch weg. Kommen wir doch mal zu was anderem. Vielleicht sogar mal wieder was Lustiges. Kommt immer so drauf an, wie man das zu Neudeutsch framed. Sagt man doch so schön. Framed? Ja. Das rahmen wir ein. Das neueste Upsi von Microsoft in Sachen Datenschutz ist ja mal wieder Thema gewesen mit mit den KI Rechnern und Co-Pilot und Recall dachten die ernsthaft, das ist eine gute Idee, alle fünf Sekunden einen Screenshot dann vom Desktop zu machen und natürlich bleibt das nur lokal auf dem Rechner, aber wer weiß das schon? Beziehungsweise, wenn ich jetzt weiß, als Angreifer, da gibt es Screenshot aller fünf Sekunden und irgendwann muss der ja auch mal Online-Banking oder ähnliches machen, da gucke ich doch, wo die Screenshots sind. Sind die dann verschlüsselt? Also das ist wieder eine eine büchne, also ich kann es nicht mehr haarsträumende Idee, wo man sich so denkt, das ist ja jetzt ganz wild, was sich da der Vorstand ausgedacht hat. Was soll denn das? Ich weiß nicht, wie hast du es mitbekommen oder aufgefasst? Also ich fand es schon wieder huiuiui. Es ist fast schwindelig geworden, hätte ich nicht gesessen. Also letzten das ist genau, das war ja letzten Dienstag, da hatten wir ja in unserem Fragestream irgendwie die Frage, ja, was sagt ihr denn zu Microsofts Thema Recall, weißt du das so? Recall, Co-Pilot und Recall, oder? Was sagt ihr denn dazu? Okay, also auf jeden Fall dieses macht alle fünf Sekunden Screenshot und keine Ahnung, also ich kannte das zu dem Punkt nicht, Zeitpunkt nicht. Das ist sowieso ja eher nicht, was mich so interessiert. Ich überfliege manchmal diese Artikel, aber ja, oftmals denke ich dann, ja, die Entscheidung von Microsoft komplett loszugehen, war eine sehr, sehr gute und es bestätigt mich eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue und da habe ich jetzt versucht mir zu überlegen, was wäre jetzt das Szenario, wo das wirklich eine gute Idee wäre? Und ja, also musste ich, also ich weiß das nicht, also ein wirkliches Szenario, wo das eine tolle Idee ist, habe ich nicht wirklich denn gefunden, also eigentlich ist es ein, also oder bei vielen Sachen weiß ich nicht, ob einfach bloß die Zielsetzung oder ob es vielleicht gut gedacht ist, aber blöd umgesetzt ist oder ob es von vornherein eigentlich was anderes will und die als Feature verkaufen in der Hoffnung, man kriegt die Leute dazu, dass sie es einfach benutzen, weil das hat ja schon immer so funktioniert. Das ist eigentlich ja so die Produktstrategie, die ich bei Microsoft sehe, Dinge so ein bisschen einführen, nicht so drüber reden und ein bisschen vertuschen und dann haben sich die Leute dran gewöhnt, die kennen sowieso nichts mehr anderes, dann kannst du die Schraube noch ein bisschen teurer anziehen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, das machen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, ob das auch was in der Richtung sein soll, um noch mehr Daten zu kriegen, die sich auswerten lassen, dass man damit alles mögliche machen kann und ja, also und dass die Leute einfach dabei bleiben, weil es schon immer irgendwie so war und dann wird das Ganze wieder abgewiegelt mit naja, komm, die werden das ja schon nicht machen, das sind ja die Guten und überhaupt, das kann ich ja vielleicht doch mal für irgendwas brauchen, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann und ja, aber datenschutztechnisch lässt sich so ein Windows sowieso nicht einsetzen, also damit kannst, darfst du eigentlich nichts wirklich machen, das gibt ja die Untersuchung von verschiedenen Datenschutzern, die sagen, naja, so wie das da aus der Tüte fällt, darfst du damit eigentlich keine personenbezogenen Daten verarbeiten und das Einzige also auch wieder geguckt nach dem Szenario, was dürfte man damit machen, eigentlich dürftest du bloß damit Daten verarbeiten, die komplett egal sind, also die auch für andere komplett egal sind und da bleibt ja nicht mehr so viel, da kannst du vielleicht deinen Einkaufszettel mitmachen, vielleicht kannst du noch ein Spiel spielen, aber das ist dann auch quasi das Ende von dem Nutzungsszenario, mehr darfst du damit eigentlich nicht machen, du darfst damit keine, du darfst keine Online-Banking machen, du darfst keine persönlichen Dinge schreiben, also und einige Berufsgruppen dürften damit komplett raus sein, also so wie Steuerberater, wie Ärzte, Berufsgeheimnisträger, Juristen natürlich und Seelsorger und dieses Zeug, die dürften das eigentlich überhaupt nicht benutzen aus Schutz vor ihrer ihrer Klientel, aber sie tun es ja trotzdem und da wird es kritisch oder da macht es noch gefährlicher als vorher schon, da gebe ich dir recht, da ist es ja, aber da fängt es ja wieder an, die müssen, die müssen ja arbeiten und die kennen nichts anderes, das ist alles irgendwie Kampf gegen Windmühlen, ja, also die Wenigen, Wenigsten erkennen das als Problem, auch wenn sie es eigentlich müssten und dann wird auch sehr viel, naja, eigentlich auch bei den Leuten, die eigentlich vom Fach sind oder eigentlich sein sollten, da wird das auch komplett ausgeblendet, gerade Juristen, die sollten sowas wie AGB lesen können, die sollten sowas wie Datenschutzerklärungen lesen können, das ist eigentlich ihr tägliches Brot, die sollten sich mit diesen Formulierungen, die für uns normalbenutzer so ein bisschen schwierig sind, aber das sollte eigentlich denen in Fleisch und Blut übergegangen sein, sodass sie das auch deutlich einfacher lesen können und hinterher eine Entscheidung treffen, üblicherweise müssten sie dann zum Ergebnis kommen, nee, das können wir für unsere Mandanten, für unsere Kanzlei nicht verwenden, das geht einfach nicht, weil ständig Daten abfließen, das können wir nicht machen, die müssen wir schützen, aber das wird irgendwie ignoriert und das, also das kenne ich auch aus dem Bereich, also von Kanzleien, dass das einfach total egal ist, das Problem wird ignoriert und das ist jetzt nochmal so ein Punkt mehr, also es war vorher schon schlecht, also es war vorher schon sehr schlecht und jetzt ist es nochmal schlechter geworden. Datenschutztechnisch ist es wirklich eine Katastrophe. Wahrscheinlich genauso wie das. Und dann ist die Frage, wie kommt es mit unserem Datenschutzgesetz und mit dem europäischen dann überein, vermutlich gar nicht und bei dir im Chat wird ja gefragt, kann man das abschalten, das Feature, also das, was ich mitbekommen habe, die wirklichen reinen KI-Geräte, die wollen ja auch nochmal neue Hardware damit verkaufen, mit den Features, soll dann glaube ich sogar auf ARM-Basis sein, da ist es fest drin. Alle x86-Modelle, also alle klassischen PC-Architekturen, da soll es als Feature kommen, was man vermutlich zum Anfang noch abschalten kann, man weiß aber nicht, was Microsoft plant und dann ist man wieder der Friss- oder Sturt-Benutzer. Aber letztendlich ist es ja noch nur eins oben drauf. Ja. Also die Auswertung von Daten ist jetzt ja schon so stark und wenn man sich jetzt nochmal anguckt, was bei Microsoft im letzten, also ungefähr über so ein Jahr komplett alles falsch gelaufen ist, könnt ihr mal die verschiedenen News-Sites nochmal durchgucken, die sich mit dem beschäftigen. Oder dass wohl Hacker immer noch im Netzwerk von Microsoft direkt drin sind, dass dort unkontrolliert Daten abgezogen wurden, Quelltexte und auch ja die Azure und dieses ganze Zeugs, also das wurde groß durchsucht und die Daten wurden abgezogen, man munkelt wieder oder ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Tatsache ist, dass es irgendwie aus Russland kommt und aus dem Grund ist wie heißt denn das Ministerium in den USA, was für diese Sachen zuständig ist, also so dieses ist das das Heimatschutz Ministerium? Ich glaube ja. Die haben den Microsoft haben sie den Chef da geholt, den haben sie sehr stark gegrillt und dann sind sie hinterher zum Ergebnis gekommen, so wir müssen da weg, also wir können damit unsere Daten nicht mehr schützen, wir müssen unsere also alle Systeme, die mit irgendwie schützenswerten Daten umgehen, die müssen wir von Microsoft weg und das BSI, das hat wann war das, war das letzte Woche, den irgendwie so die, das schärfste Schwert gegen Microsoft auch geschwungen, weil die einfach nicht darauf reagiert haben, dort klarzustellen, was da wirklich passiert ist, haben sie die jetzt, haben sie die verklagt oder was war das, also irgendwie Herausgabe von Informationen, damit das BSI überhaupt diese Situation einschätzen kann, Microsoft versucht das mal wieder zu vertuschen, vielleicht findest es noch, das wäre auch meine Frage, also ich tippe da drauf, dass es bei Golem stand, also falls jemand schneller sein sollte, aber wie schon im letzten, nee, im vorletzten Podcast, irgendwie versucht Microsoft immer mehr auszuloten, wo sie hinkommen und irgendwann nehmen wir in einer von Konzernen kontrollierten Dystopie. Da können die einfach über unser Leben entscheiden, wenn wir uns nicht wehren oder Alternativen haben. Das stimmt. Das ist eigentlich so der Trick, mit dem sie auch die ganzen Jahre damit durchgekommen sind. Die Leute jammern denn da drüber, die Oberfläche sieht jetzt anders aus, als wie sie alle über Windows 8 damals geschimpft haben, aber letztendlich dann ja doch dabei geblieben sind. Das klappt ja eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue. Also falls jemand irgendwie einen Hinderheit hat, wo das drin stand, also die Suchfunktion von Golem ist eher bescheiden und bei Heises stand es glaube ich auch irgendwo, aber bei Golem war es meine ich etwas umfangreicher. Ich weiß auch dass ich es irgendwo gelesen habe, aber ich wollte auf den Punkt heute, also das hatte ich überhaupt nicht auf meiner Liste drauf in die Richtung zu gehen, von daher habe ich da jetzt auch keine Sachen mehr raus gesucht. Ja sonst also ich gucke noch mal ein bisschen weiter, hast du sonst schon ein weiteres Thema? Ich wollte quasi den Schwung von der Microsoft Geschichte mitnehmen und mal kurz so ein bisschen das Thema weiterspinnen, wem kann man denn eigentlich heutzutage noch vertrauen und dann wird es jetzt auch schon sehr sehr schizufrieden ich habe mich dazu durchgerungen mir dann doch einen eigenen Router zu basteln die Teile Tool so peu a peu bei mir ein ich warte dann eigentlich nur noch auf den eigentlichen Bärbohnen PC um mir dann wirklich einen eigenen Router zu bauen um mein Netzwerk dann deutlich besser unter Kontrolle zu haben ja und jetzt kommen wir an die an die schizophrene Stelle kann ich denn dem Hersteller das das Bärbohnens vertrauen der leider Gottes in China sitzt was das Grundvertrauen schon ein bisschen schwieriger macht muss man sagen ob da nicht sogar hardwareseitig was drin ist und jetzt kommt der Sprung da dachte ich mir Mensch wenn der vielleicht am BIOS EFI rumgeschraubt hat kann ich denn da nicht Coreboot installieren kennst du Coreboot als freie EFI Alternative hast du es dir schon mal angeguckt ich habe ein System wo ich Coreboot drauf habe ja echt selber bespielt oder so gekauft oder warum sagen wir mal halb also das ist so ein X230 also so ein ja stimmt Lenovo ist das der ist auch schon ein bisschen älter den habe ich gebraucht gekauft und du schraubst den auf und dann gibt das so eine Zange die du auf den Flashchip setzt damit alle 8 Pins dort gegriffen werden oder sind es 8 oder vielleicht ein paar mehr ich weiß es nicht mehr ich hatte diese Zange nicht also das habe ich mit jemand anders zusammen gemacht weil ich die Zange nicht hatte aber an sich wenn man das da hat ist das nicht großartig schwierig also das geht schon bei dem Gerät ist das kein Problem da also es gibt aber viele wo es deutlich schwieriger ist oder es auch keine Coreboot Variante gibt das ist mir nämlich aufgefallen dann dachte ich mir nämlich Mensch es funktioniert super ja also für die Geräte wo es funktioniert ist das wunderbar ich bin mir jetzt gar nicht sicher System76 setzt es auf jeden Fall auf seinen Geräten ein ich weiß jetzt nicht wie weit Tuxedo ist ich habe irgendwo schon ein Coreboot in der Hand gehabt das weiß ich ich weiß noch nicht mehr wo das ist jetzt ähnlich wie mit dem Artikel irgendwo habe ich es gelesen ich weiß noch nicht mehr wo aber ich habe es jetzt gefunden also jedenfalls zwei von den Artikeln und habe in allen Chats das mal reingeschmissen das habe ich schon gesehen ja es gibt noch viel viel mehr Artikel dazu zu dem ganzen Themenkomplex wo es nochmal genau umrissen wird aber das ist schon mal ein guter Einstieg und ja es ist schon erschreckend aber also einerseits erschreckend was da alles nicht funktioniert hat und andererseits wie damit sehr entspannt umgegangen wird also eigentlich die meisten ist es mal wieder komplett egal das das BSI hat ja auch naja sie haben es erstmal wahrscheinlich nett versucht bitte bitte gebt wir uns doch mal ein paar Informationen wir sind das BSI hat Microsoft nichts gemacht und haben die nochmal das BSI noch ein paar bitte 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 gemacht kam weiterhin nichts und darum verklagt das BSI jetzt Microsoft aus der Ausgabe von Informationen zu diesem Sicherheitsvorfall und die Amerikaner sind da achso CISA steht drin die US amerikanische CISA die für diese Sachen zuständig ist die hat gesagt nee also das ist kompletter Schrott was der da abliefert das geht so nicht unsere Systeme müssen wir davon schnell wegholen weil die Sicherheit nicht garantiert ist damit können wir so nicht arbeiten ja eigentlich auch komplett surreal oder also ist es das also ist es das also für die Amerikaner ist Microsoft ja gehört ja zu denen mit dazu also das lässt sich ja besser kontrollieren als für uns hier also für uns ist ja komplett unkontrollierbar die haben dort andere Mechanismen und ja wahrscheinlich auch andere Zugriffsmöglichkeiten vielleicht hat die CISA auch Code analysieren lassen an Microsoft vorbei oder und hat sich da Informationen einholen können die für uns nicht möglich sind und hat dann gesagt ja gut das können wir für Verschluss Sachen für unsere geheimnisse schon verwenden ja und da das Ganze ziemlich daneben gegangen ist mit diesen monatelangen Einbrüchen und Microsoft weiß immer noch nicht so wirklich wer da drin ist und ob die immer noch drin sind oder ich also ich glaube der Stand ist da sind immer noch irgendwelche Hacker in dem Microsoft Netzwerk drin aber Microsoft kriegt es nicht hin die dort wieder rauszuschmeißen und hinterher aufzuräumen die Sicherheitslücken zu schließen und zu gucken ob Daten kompromittiert sind und das kriegen die einfach nicht hin also sie können es nicht das steht in diese also vielleicht nicht in den beiden Artikel die ich da jetzt mal in die Chats reingeschmissen habe sondern in weiterführenden Artikeln steht sowas drin und das schließe sich halt wie ein komplett versagen Tja ähm gut bei welchem Punkt warst du? Wie gesagt ich war ja bei diesem Urvertrauen wo fängt man dann an jemandem zu vertrauen weil es die eigenen Fähigkeiten überschreitet im Endeffekt weil Coreboot sich da nicht auf der Hardware installieren lässt oder auf relativ wenig Hardware installieren lässt was mich ein bisschen ja dann doch in die Realität zurück katapultiert hat und ein bisschen enttäuscht hat dass das dann doch nicht so universell ist wie es leider sein sollte ja werde ich dann halt vertrauen müssen ich habe ja dann eine OpenSense PFSense IP Fire je nachdem für was ich mich entscheide das werde ich mal so ein bisschen an den Donnerstagen wo ich wo wir hier nicht den Podcast haben mal durchtesten und durchexerzieren was da so alles möglich ist was da alles Sinn macht ob das was taugt ähm ja und dann hoffe ich dass es da nicht hardware-sättig irgendwas ist was irgendwo hinfunkt wo ich es nicht hinhaben will man müsste eigentlich hinter oder vor diese hardware dann nochmal was stellen was nochmal das Netzwerk traffic analysiert aber lassen wir mal lieber aber da wollte ich dann drauf rauskommen hatten wir hatten wir das mal im Stream oder haben wir uns so irgendwann mal drüber unterhalten also meine meine Einschätzung von dem was wir alles also die die Computer Architektur die Rechner Architektur wie wir die haben also von Hardware bis Software komplett durch die ist nicht auf Sicherheit ausgelegt also die ist eigentlich mehr oder weniger kaputt und durch irgendwelche Zusatzteile wird versucht das irgendwie sicher zu machen aber indem man immer noch noch was drauf schmackt und noch was drauf und die grundsätzlichen Probleme eigentlich nicht löst kommen wir von dem grundsätzlichen Problem eigentlich nicht weg also wie du auch sagst du weißt nicht was die da eingelötet haben also die Hardware selbst die kannst du zwar eventuell analysieren also es gibt ja Methoden wie du das machen kannst du kannst Chips also das Gehäuse weg ätzen weg wegschleifen sodass du wirklich gucken kannst wie diese einzelnen Transistoren da drauf sind mit ja Mikroskopen Elektronen Elektronen Mikroskopen kannst du das schon rauskriegen dass du den Schaltplan rauskriegst der ist ja üblicherweise auch in mehreren Ebenen kannst es wieder weg ätzen sonst irgendwas also mit ganz viel Aufwand kannst du in so ein Chip reingucken um theoretisch zu analysieren was das Ding wirklich macht ob es dem entspricht was du eigentlich in Auftrag gegeben hast denn ob der Chip dem Intel AMD oder sonst was in so ein Fertigungswerk gegeben hat ob ob das jetzt dem Bauplan entspricht den sie eigentlich haben wollten das ist ja auch schon nicht gegeben und dann gibt es einmal die die Bugs die in solcher Hardware einfach drin sind bei der Komplexität ist das so also das liegt im Sinn der Sache und dann gibt es vielleicht die nicht gewollten Funktionen die da mit drin sind die aus jenem oder welchem Grund mit eingebaut werden müssen ob das jetzt staatliche Vorgaben sind oder ob da mal wieder ein Köfferchen gewandert ist solche Sachen kann ja alles passieren dass die Hardware selbst schon kompromittiert ist oder einfach per Design kaputt ist und dann hast du als nächste Schicht UEFI beziehungsweise das BIOS Zeugs was vom Hersteller kommt was sagen wir mal so ein bisschen stiefmütterlich überhaupt gepflegt wird wenn überhaupt das machen die meisten ja eher nicht so häufig dass dann eine neue BIOS Version rauskommt um irgendwelche Sicherheitslücken zu korrigieren und was allein in diesem Umfang von diesem UEFI mit drin ist das ist an sich schon so komplex das ist ein komplettes Betriebssystem was sehr viele Angriffsvektoren durch die Komplexität hat also das und es ist ja auch nicht offengelegt man weiß halt nicht wie es funktioniert und es lässt sich nicht unabhängig überprüfen und für jedes Gerät ist es dann doch nochmal wieder ein bisschen anders das sind so viele Angriffsvektoren die du da schon hast bevor du das erste richtige Betriebssystem gebootet hast und dann gehen die Probleme weiter hast den Bootloader wo auch schon wieder ein Mechanist drin sein kann da gibt es ja spezielle Varianten sodass du dem Betriebssystem irgendwie vorgaukelst dass es direkt auf die Hardware zugreift aber es ist noch so eine Virtualisierungsschicht drumrum sodass du da nochmal Daten abmachen kannst solche Sachen gibt es schon und das Betriebssystem selbst das besteht aus so vielen Komponenten ob das Treiber sind ob das jetzt der Körner selbst ist Programme und was weiß ich alles es ist so komplex dass es einfach gar nicht sicher zu machen ist also eigentlich stehen wir komplett auf verlorenen Posten also wenn wir an einer Stelle jetzt Sicherheit wirklich durchkriegen heißt das ja nicht dass es auch wirklich sicher ist und wenn Sachen signiert werden ist das ja schön und gut das bedeutet bloß dass irgendein Zustand von einem Paket von einer Software binär genau so ausgerollt wird das heißt ja weiterhin nicht dass es sicher ist also irgendwie stehen wir da an einem Punkt wo wir eigentlich komplett verloren haben und die dann haben wir ja auch sowas wie die Intel Management Engine oder diese Secure irgendwas von AMD die nochmal parallel zum Betriebssystem laufen die komplett auf das ganze System zugreifen können wo wir auch nicht wissen was drinsteckt und so weiter und so fort irgendwie ist es einfach kaputt ja aber sowas von und um dir jetzt sämtliche Hoffnung zu rauchen war es ja schon so schön erklärt man kann natürlich wunderbar die Chips aufätzen und gucken ob alles passt und drin ist bedeutet aber für den einzelnen ja da muss man ja immer exakt zweimal dasselbe geliefert bekommen also es ist ein Kampf gegen Windmühlen wie du schon gesagt hast das ist deswegen irgendwo muss man schon ein gewisses Vertrauen entgegensetzen und ansonsten wären wir eigentlich nicht da wo wir jetzt sind mit der Technik auch wenn man sie regelmäßig hinterfragen sollte zumindest für einen selbst deswegen sind wir eigentlich alle da wo wir jetzt sind nämlich irgendwo bei Open Source angekommen damit wir zumindest das irgendwo noch hinterfragen einsehen und für uns selber entscheiden können ob wir das nehmen oder nicht genau da sind wir jetzt sehr schön am Ende dieses Punktes angekommen ich bin da jetzt ein bisschen ab was das angeht aber ja wie gesagt sobald das Teil da ist wird das Ding zusammengeschraubt im Proxmox unten drunter installiert und dann mal geguckt wie so die drei größten Softrouter Distributionen sprich IP Fire PFSense Open Sense sich so schlagen was so das Sinnigste oder das Beste für mich ist und das nehmen wir dann im Stream hier auf twitch.tv slash Saint of Sinner auseinander und damit sind wir im Werbeblock angekommen vorhin habe ich gesagt jeden Dienstag gibt es auf nicht der letzte Schluss auf YouTube und auf Peertube Peertube selber Release Zeitpunkt genau also Peertube gibt es immer ein bisschen vorher denn bei YouTube kannst du den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen und den lege ich immer auf also üblicherweise auf den Dienstag um 12 Uhr und bei Peertube ist es schon vorher wenn ich es aufgeladen habe also üblicherweise am Montag Abend also wenn ihr schneller sehen wollt dann guckt es bei Peertube ja dann haben wir natürlich dich noch ne üblicherweise jeden Dienstag und oder bist du noch so regelmäßig ja bei Twitch es sei denn wir haben Donnerstag den Tuxflash dann gibt es was anderes ansonsten gibt es bei dir jeden Donnerstag was also den jeden zweiten Donnerstag ja irgendwas mit Technik wie schon gesagt also sobald das Teil da ist wird es halt mit Firewall Distribution sich so ein bisschen beschäftigt und mal geguckt beim letzten Mal haben wir ein bisschen Strom Umsparmaßnahmen im Homelab durchgeführt nebenbei tue ich jeden Dienstag gerade noch das alte Click & Point Adventure Render Hero durchspielen es ist bei mir geteilt also Dienstag so ein bisschen Spielerei und Donnerstag Technik Spielerei wie man es nimmt und dann dürfen wir auch nicht den dritten im Bunde vergessen der heute irgendwie uns vergessen hat keine Ahnung das ist der Genre den findet ihr natürlich auf Linux Guides auf YouTube und auch Linux Guides Admin sein Zweitkanal und auf linusguides.de slash live sind wir auch gerade live aber da ist auch so viel zu finden und da müsst ihr mal gucken dementsprechend ja jeden zweiten Donnerstag sind wir hier live ansonsten gibt es das nochmal auf achso ja dem Tux-Tage-Kanal YouTube-Kanal zum nochmal nachholen auf Spotify sind wir auch als Tux-Flash zu finden und da dürfen wir halt nicht die Tux-Tage vergessen die dann im November sind und die Keylooks die dann auch im September sind September genau genau also erst kommt ihr zu uns nach Kiel und dann zu den virtuellen Tux-Tagen wo es egal ist wo ihr sitzt genau und du bist ja auch im September in Kiel nicht? exakt wenn die öffentlichen fahren dann bin ich da ja genau also wenn ein Fahrzeug gestreikt wird kann man von nichts garantieren aber prinzipiell da gibt es uns den Zutritt genau in echt zum Anfassen also zumindest vor Ort ja ja das auf jeden Fall ja genau dann danke ich dir fürs dabei sein für alle die gerade mit dabei sind in den diversen Chats und sage danke bleib gesund und das ist jetzt quasi das Ende für die Podcast Folge ich kann hier unser lustiges Bild einblenden weil wir ja noch für den dem Buffer noch ein bisschen dummes Zeug quatschen müssen machen wir das jetzt auch das ist auch super also ja vielen Dank dass du das wieder eingerichtet hast denn du richtest das ja mal ein genau dass ihr alle dabei wart oder es jetzt nachgehört habt ansonsten ja genau bis irgendwann irgendwo ja ich finde es auch gemein dass das Internet uns heute wieder so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat also du bist auch während der Folge so leicht auseinander gedriftet ich habe gemerkt dass das Delay wie du wie wir uns hören immer größer geworden ist ja okay zum Anfang war es noch tipptopp also das ist ja also es ist irgendwie komisch was das ist denn Dienstags funktioniert es ja üblicherweise ganz gut da haben wir das nicht na wir haben ja auch schon dienstags zusammen gestreamt da war es auch nicht da haben wir dieselbe Technik benutzt für da liegt es am Wochentag boah na jetzt stellst du Fragen oder Thesen in den Raum vielleicht ist es auch die Hardware Manipulation man weiß es noch nicht oder vielleicht brauchen wir einen neuen Kanal Esoterik Guides da geht es denn um esoterische Probleme bei Computern ja oder 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 Voodoo Guides oder irgendwie so Technik Voodoo Guides dann die nächste Stufe ich weiß es doch auch nicht aber irgendwie so Technik Voodoo hast du doch mal oder hast du das immer noch bei dir so ja 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 oder wie ist das noch ne ich glaube das ist noch in meinem Streamplan so drin für den Donnerstag Technik Voodoo ist doch so ist doch so drin also von daher das wäre doch nochmal was ja heute wird der Exorzist geholt heute wird der Teufel ausgetrieben aus dem Stream so heute wird der Teufel aus dem Notebook ausgetrieben wir tun jetzt Windows löschen und Linux installieren ist nur einmal lustig für Insider das wäre doch mal was aber ich dir war bei wem in welchem Chat war denn das drin ach so hier Dirk Müller erstmal hallo und danke für den Follow arbeiten bei Microsoft nicht sehr viele Exilrussen der Erfinder von Tetris Alexey oh Gott Pashinitov war ja auch mal dort gute Frage weiß ich nicht ich bestelle ich bestelle ich würde das jetzt nicht überbewerten ne ich befasse mich auch nicht so mit mit der Belegschaft von Microsoft wenn ich ehrlich bin steht es bei Wikipedia wie viele Mitarbeiter die haben naja aber da wird ja nicht drin stehen so viele normale Mitarbeiter und so und so viele Exilrussen also ich glaube die die Auftrennung machen sie noch nicht über die Aufteilung ne das nicht aber ich meine so mal mal so als Anzahl was tippst du wie viele Leute arbeiten bei Microsoft oder haben 2023 dort gearbeitet so ein Weltkonzern das ist absolut utopisch für mich zu schätzen ich sag jetzt einfach mal 100.000 weil das irgendwie eine Runde Zahl ist reden wir weltweit ne das sind wenig das sind zu wenig noch ähm ja okay das sind zu wenig also über doppelt so viele sind es 221.000 ja siehst du also wie willst du sowas abschätzen das ist doch mal was ja und und wie das äh das gibt ja diesen Spruch bei bei Sicherheit der Angreifer braucht es bloß einmal zu schaffen aber du als Administrator oder Sicherheitsmensch muss jedes Mal das schaffen also oder nee der Angreifer muss nur einmal gewinnen und du musst jedes Mal und das ist das Problem aber also von daher theoretisch reicht das schon einer mit den entsprechenden Rechten oder den entsprechenden Sicherheitslücken um sich die Rechte zu holen ja schon irgendwie gemein also also in Amerika ist das ja häufig ne die ist higher and higher also die haben ja nicht so eine Art Kündigungsschutz wie wir das hier kennen also da ist das schon durchaus ein normales Prinzip ja die Fluktuation ist dann ein bisschen schneller aber ja aber die haben dann trotzdem die können nicht jetzt nicht von jetzt auf gleich kündigen also so wie man es in den Filmen kennt dort ist es in real nicht dass der Chef wenn er mal versehentlich die falsche Unterhose erwischt hat einfach früh zu dir kommt und sagt du bist gefeuert das geht da auch nicht die haben da auch ein gewisses Arbeitsrecht aber das ist ein bisschen dynamischer was das angeht also wie lange haben die wie lange haben die den Schutz weißt du das naja du kannst drei du kannst auch eine gewisse Anzahl an Abmahnungen bekommen und dann bist du erst gefeuert aber ich glaube die Abmahnungszeiträume sind nicht irgendwie zeitlich gestaffelt also du kannst innerhalb von einem Tag drei Abmahnungen bekommen und dann gefeuert werden also das geht dann schon nur eben morgens, mittags, abends morgen muss nicht kommen genau so ungefähr nur eben aber ich ich hab's irgendwo mal gelesen dass das eben nicht so ist wie in den Filmen die haben da schon einen gewissen Grundsatz aber naja und bevor wir hier weiter über amerikanisches Dingsrecht quatschen dreh ich mal lieber hier den den Broadcast ab das wird ja langsam das ist gut das ist gut bevor wir hier komplett ja abdriften bis dahin